Vor welchen aktuellen Herausforderungen steht die Zivilgesellschaft? Wir haben in der Sozialwissenschaft eine Figur, die sagt, wir leben in multiplen Krisenzeiten, die unsichere Unsicherheiten mit sich bringen. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was alles an Krisen auf uns zukommt. Und sie sind so zahlreich, dass wir gar nicht das Zusammenspiel und die Wirkung abschätzen können. Also vom Klimawandel bis zum Rechtspopulismus, der demokratische Strukturen infrage stellt, können sie sozusagen alles Mögliche zusammenstellen. Also es herrscht kein Mangel an Krisen und man wundert sich, dass es immer noch gewisse Stabilitäten gibt. Was kann Engagement und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger dazu leisten, diese Herausforderung zu meistern? Zunächst einmal ist es so, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich engagieren, auf Krisenverhältnisse, auf Zustände, auf Probleme aufmerksam machen. Also sie sind quasi Signale für die Politik, für die Gesellschaft insgesamt. Fängt meist mit kleinen Gruppen an. Und dieses Zeichen geben, das ist die erste Funktion, die zivilgesellschaftliche Gruppen haben, die auf Hinweisen, da passiert etwas, da müssen wir uns drum kümmern. Die zweite Funktion, die sie haben, ist auch sozusagen das in politisches Handeln zu übersetzen. Das heißt, sie blockieren möglicherweise bestimmte Entwicklungen, von denen sie ausgehen, dass sie Krisen erzeugen. Typisches Beispiel ist die Auseinandersetzung mit der Atomenergie. Man geht eben dann zu den Bauplätzen und stellt sich davor und versucht zu verhindern, dass einfach das übliche Programm oder das, was vorgesehen ist, abgespult wird. Und die dritte Ebene, und das ist vielleicht die interessanteste, das ist, dass man selbst überlegt, was sind denn eigentlich Alternativen? Wie können wir bessere Lösungen finden, die diese Gefahren nicht mit sich bringen, von denen wir ausgehen, dass sie auf uns zukommen? Also wie können wir unser Konsumverhalten nachhaltig gestalten? Wie können wir regenerative Energien besser nutzen, etc.? Also diese Antworten sind natürlich das Interessanteste auch. Soziale Innovationen, die dadurch möglich werden. Wie beurteilen Sie die Rolle von zivilgesellschaftlichen Reaktionen auf Schlüsselprobleme wie Umweltzerstörung, Fluchtbewegungen, autoritäre gesellschaftliche Strukturen? Wir wissen heute, dass keines dieser Probleme ohne Zivilgesellschaft lösbar ist. Das heißt, die meisten Fragen, die wir uns heute stellen, vom Klima bis zur Weltwirtschaftskrise oder Gefahren, die aus dem Bankensystem kommen, erfordern Haltung und Handeln jedes Einzelnen. Und das kann nur befördert werden durch zivilgesellschaftliche Organisationen. Durch staatliches Handeln allein ist sozusagen eine nachhaltige Gesellschaft nicht denkbar. Das heißt, Zivilgesellschaft ist eine Schlüsselgröße. Das sagen auch fast alle Programme. Ob es dann eingelöst wird, ob wirklich auch der Zivilgesellschaft an dieser Stellenwert beigemessen wird, ist eine ganz andere Sache. Da bin ich sehr skeptisch. Da sind wir ganz am Anfang. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Die Bundesländer entwickeln Nachhaltigkeitsstrategien, zumindest tun das einige. Wenn man jetzt fragt, wie weit ist Zivilgesellschaft beteiligt, dann kommt man ins Grübeln, weil in der Regel dann kleine Gruppen, zwei Handvoll Jugendliche oder so, die besonders engagiert sind, dann einige wenige Projekte machen, die meist geringe Ausstrahlung haben. Das heißt, das Mitnehmen der Zivilgesellschaft auf dem Wege zur Nachhaltigkeit steckt noch in den Anfängen. Und man vertraut immer noch, auch von der Wirtschaft, auch von mächtigen Gruppen darauf, dass der Staat es regelt durch Gesetze, die zum Beispiel bestimmte Normen vorgeben, zum Beispiel Diesel und CO2-Normen oder wie auch immer, die dann in der Regel ja nicht eingehalten werden oder man Wege findet, das zu vermeiden. Das heißt, es wird immer noch vertraut, dass der Staat es reguliert und die Mitarbeiter der Zivilgesellschaft ist abstrakt gewünscht, aber konkret oft vernachlässigt. Welches Modell gibt es, Partizipation zuzulassen, die auch der Staat am Ende akzeptiert? Oder ist das ein Widerspruch? Nein, natürlich nicht. Also wir haben eine Grundregel in der Politikwissenschaft, die sagt, dass Macht dumm macht. Also Macht bietet die Chance, nicht lernen zu müssen. Das beobachten wir in der Politik relativ häufig. Und zivilgesellschaftliches Engagement einzubeziehen, bedeutet Lernchancen zu öffnen. Also Beteiligung macht uns alle klüger, schafft bessere Lösungen etc. Wenn Politik das nicht tut oder sozusagen meint, nicht tun zu müssen, dann sozusagen salopp formuliert, verblödet sie und kann das Ganze mit Hochglanz kaschieren oder mit postfaktischen Allüren etc. überspielen. Aber es ist ein Zeichen von Torheit, die da praktiziert wird. Und wir haben sehr viele gute Beispiele, mit denen es gelingt, die Bürgerschaft stärker einzubeziehen. Das Musterland ist im Augenblick Baden-Württemberg, in dem also ein Bundesland daran gegangen ist, Bürgerbeteiligung sich in einer Weise auf die Fahnen zu schreiben, dass man auch auf allen Ebenen versucht, das stark zu machen. Das fängt an bei der Einführung obligatorischer Jugendbeteiligung in der Kommunalverfassung des Landes. Ein neuer Paragraf, der im letzten Herbst eingeführt wurde. Oder eben, dass die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter Beteiligung lernen in der Ausbildung. Dass sie wissen, wie gehe ich mit Bürgerinnen und Bürgern um. Und noch vieles andere mehr, Gesetzesfolgenabschätzung. Dass es eigentlich keine öffentlichen Infrastrukturprojekte mehr gibt, wo nicht Bürgerbeteiligung angesagt ist und obligatorisch ist. Also man kann schon sehr viel machen, gibt gute Beispiele. Aber wir sind weit davon entfernt, dass dieses Verhältnis Staat und Bürgergesellschaft ein produktives Zusammenspiel in jedem Falle mit sich bringt. Oft ist es eben ein Nebeneinander und ein Übereinander, was jetzt das Verhältnis Staat und Bürgergesellschaft angeht. Das Verhältnis Staat und Bürgergesellschaft